Hallo liebe Leute, ich wollte mich noch mal kurz melden. Im Hintergrund seht ihr noch den Kölner Dom in die Richtung, wo ich jetzt hinschaue. Da war die Messe. Achtet nicht auf meine Nase. Das wollte ich jetzt nicht noch mal korrigieren. Deshalb habe ich den Messetag geschafft und wenn ich dann zu Hause angekommen bin, 18 Stunden einfach mal unterwegs gewesen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, wieder in Leipzig zu sein. Ich muss sagen, einfach die Leipziger Messe ist viel, viel schöner, viel, viel besser, viel geräumiger und vor allem auch nicht so. Viele haben ja immer gesagt, bei der Buchmesse, bei der Leipziger Buchmesse, dass sie so stickig ist. Aber ich muss sagen, die Kölnmesse, total schlechte Luft bekommt man da. Also mir gefällt es leider gar nicht. Es war jetzt einmalig und ich denke, es bleibt wahrscheinlich auch einmalig. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, oft genug im Videos erwähnt, geht zu Kaktus. Kaktus ist dann im April und kann ich euch viel mehr empfehlen als die Gamescom. Ja, also ich bleibe Leipzig-treu. Und ja, was gibt es sonst noch abschließend zu sagen? Ja, also mir hat gefehlt, dass man Sachen bekommt. Also das hat definitiv gefehlt. Es war viel zu wenig, was rausgegeben worden ist an Giveaways. Das muss definitiv, also da bin ich der Meinung, das ist zu wenig. Das ist blöd. Und ja, die sonstigen Sachen, das ist alles normale Messepreise, bekommt man im Internet viel günstiger. Gerade auch so diese Plüschtiere und so. Also ja, wenn man es sofort haben will, ist es natürlich cool. Aber sonst, ja, nee. Sonst, was gibt es sonst zu sagen? Ja, ich habe halt jetzt kein Spiel weiter angezockt. Ich hatte jetzt, glaube ich, Black Desert gespielt. Was war es denn noch? Noch irgendwas hatte ich gespielt. Aber ja, also wie gesagt, da spiele ich zu Hause am liebsten. Und ich habe noch so viele Sachen zu spielen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann fertig. Ja, sonst gibt es eine Buchschwerte zu erzählen. Und ich hoffe, euch geht es gut. Und ich hoffe dann, wenn ich alles so hochlade, dass es euch gefällt. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Und ja, also dann lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Bis dann.